Ich habe es noch geschafft zu drehen, aber das war warmstigend, weil der war wirklich ein ganz schöner Leuchter, Fotosäure. Hier war vor kurzem einer eingeschlagen und übergeflogen. Scheiße. Das ist ja Höhungsstrafe. Hier mache ich gerne Bilder. Hier stehe ich dann. Das macht cool. Lass mich an die Schranke. Aber es ist nicht einfach, da hinzukommen. Sirocco sieht man nicht oft mehr, oder? Nein, stimmt. Das war doch auch totes Freckenautos. Ja. Ja. Leider, der Yannick, der hat sich ja, dieser schwarze böse Chirocco mit großem Flügelwerk, der hat sich einen wirklich schönen Chirocco aufgebaut. Ich weiß nicht mehr, wann haben die aufgehört mit den Sirocco zu bauen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber das ist bereits jetzt ein bisschen her, oder? Das geht aber schnell. Das kann doch noch nicht weg sein, oder? Nein, normal nicht. Mit den Pilonen und so. Guck mal. Schnell. Schnell Arbeit. Also da bin ich jetzt fasziniert, dass die jetzt schon da sind. Ja, das Geld muss reinkommen, Markus. Das musst du dann wieder frei. Das stimmt. Ja. Letztes Drag Day war eine Mercedes-AMG GTF hier gekommen. Und genau auf der Kurve, der hat nicht der Kurve getroffen, aber in dieser Kurve hat der Kontrolle verbunden. Der war ganz quer und der hat ihn aufgefangen. Aber ich sagte mir, niemals bekommt er jetzt noch die Geschwindigkeit runter. Ja. Weil du kannst hier, wenn du hier verlierst, und du fängst ihn wieder, sehr oft, wenn du nicht da treffst, gehst du da ganz schnell in die Leitplanke, ne? Ja. Aber der hat irgendwo noch geschafft zu bremsen und zu drehen. Aber das war bearmstigend. Okay. Weil der war wirklich ganz schnell. Das war nicht aufgrund von der Vorstellung der Steherkante oder so. Ja, wenn du den Kurve nimmst, bin ich immer ein bisschen besser. Aber ja, das war schnell und eng. Der hat bestimmt neue Untermosen im Office. Hehehehe. Oh. So, jetzt reicht er noch. Ich bin gelben Flaggen, echt? Ja, ja. Ja, der hat seine Arbeit. Der fährt einfach von Arenberg nach Metz gestern. Ja, genau. Hehehe. 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 Und weiter gefahren. Ja, ne? Da ist irgendjemand reingefahren und der hat nicht Bescheid gesagt, ne? Der fährt nicht klar. Aber ich glaube, es war gut. Ich habe ihn auch nicht gewacht. Ja. Ich mache ihn mit. Und wieder diagnosis. Ich mache ihn mit. Und auch was soll man das tun. Ich mache ihn mit. Und wiederum. Und wiederum. Schon jetzt. Und wiederum. Und wiederum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020